ja unser hrw podcast dient eigentlich dazu dass wir uns vorstellen was machen die personen die hier an der hochschule arbeiten eigentlich so was forschen die in welchem gebiet forschen die aber wie sieht auch das arbeiten an der hochschule aus für alle interessierte hört doch mal rein und lernt uns einfach noch mal ein bisschen besser von innen kennen ja